Freunde, ich und Biddy sind kleine, fette Hühner. Und Biddy, weißt du was? Guck mal, wie langsam wir sind. Ja, wir sind in Minecraft-Huhn oder sowas. Guck mal, wie lustig wir aussehen. Ah! Biddy, warte mal, warum bist du schon so schnell? Du hast ja 3800 Stärke. Das ist einfach krass. Alter, 4000 Stärke? Ich hab erst 60, Alter, Mann, was? Haha, du wirst lieber so viel schaffen wie ich. Ey, dein Ernst, Biddy? Oh Mann, wie kann ich denn stärker werden? Vielleicht muss ich ja hier vorne ein Rennen machen. Let's go! Auf die Plätze, fertig. Und ey, warte mal, mach ich hier ein Rennen gerade gegen ein anderes Huhn? Gegen eine Katze, gegen ein Kaninchen, gegen einen Fuchs. Alter, die sind so viel scherz. Ich bin ein Huhn, Leute. Ich bin richtig langsam. Let's go, Leute. Ich tu einen Hahn überholen. Ich tu einen Hahn überholen. Der Hahn ist ja einfach ein Huhn, aber nur die männliche Version, Alter. Komm her, Alter, ich hab dich überholt, Junge. Let's go! Freunde, stell, 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 stell. Alter, wie lange brauche ich, Alter? Wie langsam ist das Huhn, Junge? Das ist ja richtig nervig, Freunde. Biddy, du bist wahrscheinlich schon richtig schnell. Kannst du dir auch schon so einen Fuchs oder eine Katze kaufen? Ich glaube, Katze ist richtig schneller, oder nicht, Leute? Oder was ist das schnellste Tier, Freunde? Was denkt ihr? Wir spielen hier einfach Tierrennen. Und wir sind einfach ein Huhn und wir sind komplett langsam, Alter. Das nervt schon als Huhn. Wir müssen unbedingt heute schneller werden, Freunde. Aber keine Sorge, wir werden heute die schnellsten aller Zeiten, Bro. Und ja, let's go, Leute. Wir sind, äh, fünfter Platz. Oh, Mann. Oh, Mann. Wer ist der schnellste? Der Fuchs. Der Hund ist auch richtig schnell. Ja, aber klar, und das Kaninchen. Ich glaube, ist ein Kaninchen schneller oder ein Hund oder eine Katze? Ich glaube, ein Kaninchen ist sogar eigentlich schneller als die Beine, oder nicht? Ich glaube, kann er doch voll schnell abhauen und so. Oh, Mann, Freunde. Das war nicht gut, das Rennen hier. Aber wir haben ein Hahn bekommen. Hier, Hahn freigeschaltet. Let's go. Jetzt sind wir kein Huhn mehr, sondern ein Hahn. Das ist schneller, glaube ich, als das Hund. Ey, Biddy, wo bist du? Hey, warte mal, Biddy, du bist ja schon ein Hase, Alter. Hä? Kaninchen. Alter, Biddy, wie bist du so krass? Wir hast doch schon 300.000 Stärke. Du hast gecheatet. Du kleiner Cheater. Irgendwas hast du doch für ein Haustier. Alter, was? Ey, Biddy, ey, nee, nee, nee. Ich werde dich sowas von überholen. Denkst du, ich lasse mir das gefallen, oder was? Auf keinen Fall. Ich hole mir jetzt auch hier ein Haustier. Komm schon, ich muss da irgendwas Krasses ziehen. Ein Adler. Der ist bestimmt richtig krass, Freunde. Geh, nochmal ziehen. Let's go. Und... Nimm, nimm Stier, der ist ebisch. Let's see, let's see, let's see, let's see. Alter, Biddy, aber wie bist du so krass geworden? Alter, ich kann hier ja auch richtig krass so viele Sachen ausanspruchen. Ey, jetzt werde ich auch richtig heftig. Freunde, was kriege ich denn hier alles? Tiere ausrüsten. Zack, am besten Haustiere, am besten ausrüsten. Alter, das ist ja richtig krass, das Haustier, was du hier hast. Und guck mal, hier, Biddy, ich habe noch mehr Haustiere als du jetzt. He, 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 he. Und 11.000 Siege. Ich kann mir hier vorne das beste Ei holen. Das mache ich jetzt auch sofort. Wow, Giraffe gezogen. Ist die gut, Leute? Keine Ahnung, ich ziehe direkt nochmal ein Ei. Und komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und... Ah, schon wieder Giraffe. Wobei, komm, Biddy, jetzt auch, Pads. Oh, Mann, Biddy, ey. Ich werde dich aufholen. Auch wenn du denkst, dass du besser bist, ich werde dich noch aufholen. Hier, guck mal, ich tippe hier ganz schnell. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Freunde, komm, wir rüsten bessere Haustiere. Alter, die sind richtig krass, die hat Giraffen. Yo, Alter, die sind richtig krass. Die geben mir richtig viel Stärke. Okay, ich muss einfach die ganze Zeit tippen, tippen, tippen. So, ich mache das mal automatisch. Und hier vorne drehe ich am Glücksrad. Ich werde das krasseste Tier heute. Ich werde heute den Fuchs bekommen. Der ist das schnellste, nämlich, Leute. Komm schon, das ist mein Ziel für heute, Freunde. Alle like, abonnieren damit ich es schaffe. Nein, du bist nicht schneller, Biddy. Ich werde dich noch aufholen, Junge. Vertrau mir. So, zack, und wir ziehen nochmal. Und mal schauen. Das kriegen wir aus dem Glücksrad. Oh, bitte, das epische Petter. Und das Rainbow Pet hier. Nee, 700. Schade, Leute, schade, Mann, Leute. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt richtig viel Energie gesammelt. Lass uns mal mit der ganzen Stärke jetzt einfach ein Rennen machen, okay? Mal schauen, welcher Platz wir jetzt werden. Alter, wie schnell sind die da vor? Aber wir sind schon viel schneller als davor. Alter, wir haben die Katze überholt. Wir haben die Katze überholt. Und nicht nur die Katze. Oh, wie schnell sind wir. Let's go. Huhu, 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 huhu. 122, Alter, welcher Platz sind wir geworden? Wir haben das Kaninchen und die Katze überholt. Wir sind einfach auf dem dritten Platz. Let's go, Leute. Wie krass sind wir? Aber, ey, wie schnell ist der Fuchs? Bitte sehr. Vier Sekunden. Ey, wie krass ist der? Aber die haben wir einfach überholt. Let's go, Leute. Ich bin einfach gerade dritter Platz geworden. Und ich habe die Katze bekommen. Ich bin jetzt einfach die Katze. Ich habe eine Million. Eine Million fast. Ich habe nicht mal. Ich habe erst mal nur Tausende, Alter. Ey, Bilo, du willst mich pranken oder nicht? Ist doch nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Eine Million, Alter, bitte kriege ich ein gutes Petter. Ich denke nicht nicht. Alter, was, Junge? Ach, Affe habe ich bekommen. Den Affen, das ist der Schlechteste. Willst du mich komplett hops nehmen? Ey, Freunde, ich glaube, wir müssen... Ich bin jetzt schon im Rennen. Du bist der erste im Rennen? Ja. Nein. Doch. Also, dass du so gut bist. Ja, schneller als der frechlichte Fuchs sogar wieder ist. Alter, was? Ey, Freunde, Junge, ich muss dir nichts da holen. Ich rum, ich cheat rein, Leute. Was ist das denn hier? Alter, ich cheat rein, Leute. Was ist das hier, Freunde? Ich werde das mir kaufen, ganz heimlich, okay? Wir dürfen das Bili nicht verraten. Wenn ich wieder Beste werden. Ah, 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 ah. Besser ein Klicker, den habe ich gar nicht gesehen. Das können wir auch die ganze Zeit ausrüsten. Jetzt kriegen wir viel mehr Plus. Wie nice ist das denn? 13 Klicker, den rüsten wir auch aus. Let's go, ausrüsten. Zack. Je, je. Guck mal, wie viel wir jetzt Plus bekommen. Juhu. 15 Klicker. Ey, wir werden ja immer besser, Leute. Wie nice ist das denn? Freunde, warte mal, warte mal, warte mal. Können wir wieder Rot machen? Ja, können wir auch machen. Ey, lass mal eine machen, oder? Oh nein, jetzt haben wir wieder null. Aber warte mal, jetzt kriegen wir mehr Plus. Okay, das ist sehr gut. Guck mal, wie schnell wir Plus bekommen. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. War keine dumme Idee, Leute, würde ich sagen. Wir haben jetzt auch fast einen Jungen gleich. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Spuren können wir uns auch holen mit Ziegen. Ja, lass uns direkt mal hier eine holen, oder? 1.400, eine holen. Auf entspannte Reno. Die können wir uns gönnen, Leute. Bam. Let's go. Jetzt sind wir auch noch schneller. Jetzt haben wir die Katze und die Spur sogar. So eine nice rote Spur. Ich will eine blaue Spur, aber was soll das, Mann? Na, jetzt, Leute, müssen wir noch reintreten und uns was krasses hier holen. What? Oh, so, Leute, womit wir noch krasser werden als Billy, okay? So, wir jetzt hier kaufen, Leute, dann lasst ein Like da und ein Abo. Oh, ich hab keine Robux mehr. Nicht euer Ernst. Ich hab nicht mal mehr Robux, Alter. Ich hab nicht mal mehr Robux. Ich hab nicht mal mehr Robux. Wie, wann kann ich die ganze Zeit hören? Äh, warte mal, was? Oh, no. Oh, no. Äh, Billy, aber das war nur Spaß. Natürlich prank ich nicht, Alter. Natürlich, äh, natürlich nicht hier. Warte mal, hier nichts. Was sagst du, dass reincheaten oder sowas? Nein, was, was, wir cheaten niemals. Ey, Freunde, Alter, ich hab mir grad hier was geholt, Alter. Einfach OP, geheimes Pet. Leute, und das alles, weil die ein Like da gelassen haben. Deswegen hab ich ein paar Robux gewonnen. Okay, ey, was bekommen wir jetzt dadurch? Kriegen wir jetzt wirklich ein krasses Pet oder was? Haustiere. Geheimes OP-Pet. Hä, wir haben gar nichts bekommen. Ey, die haben uns gescammt. Hä, die haben uns gescammt oder was? Alter, die haben schon zwei Millionen, was? Alter, wo ist mein OP-Pet? Hier vorne? Kaufen? Hä? Kostenlose Belohnung? Ey, warte mal. Warte, warte, warte mal. Ich hab mir das doch subscribed. Und hier steht, ich krieg ein OP-Pet. Aber wo ist das, Leute? Hä, ich will das haben. Leute, ich wurde einfach komplett gescabt, Junge. Einfach mein Pet ist nicht mal da, Alter. Hä, hier ist doch... Ich dachte, ich krieg hier so ein Kopie-Pet, Alter. Oh, Mann. Freunde, allen traurigen Smiley-Fu kriegen die Kommentare. Ganz ehrlich. Aber wisst ihr was? Wir haben so viel. Wir haben jetzt ein Rennen. Und... Was ist das hier vorne? Klicks. Ah, hier können wir unsere Klicks aufbessern. Ah, wir haben das Beste schon ausgerüstet. Okay, Freunde. Mal schauen, ob wir jetzt hier erster Platz werden. Kommt schon. Falsche Richtung. Hier vorne sind die Rennen. Okay, let's go, Leute. Let's go. Ich hab das Ganze gemeistert. Wie viel Stärke hast du denn? 4,3 Millionen. Innerhalb von einer Sekunde. Hab ich das Ganze hier gemeistert. Ich hab nur 2 Millionen. Junge, ich bin einfach besser als du geworden, Biddy. Du bist so ein Pupskelkopf, Alter. Ich sag's dir. Du bist so ein Pupskelkopf. Was? Ich hab 19 Millionen. Dein Ernst, Alter? Oh, yeah. Ah, Mann. Du hast mich geprankt. Ey, aber Biddy, vertrau mir. Ich hol dich gleich auf. Ich hol dich gleich auf. Das ist mein Ziel für heute. Dich einmal aufholen. Das schaffst du niemals. Bist du auch schon in der nächsten Welt, oder was? Lange. Was? Ich hab mir jetzt einen Fuchsi ausgerüstet. Das beste Tier, also sozusagen. Alter, was gibt's hier für Tiere? Ich bin schon ein Schaf. Ein Schwein. Ein Minecraft-Schwein. Guck mal, das ist einfach Minecraft-Tiere. Das ist so lustig. Und der hier vorne ist auch. Wie sieht aus wie aus Minecraft. Ich bin schon ein Schaf. Du bist höchstens ein Pups, Alter. Mehr oder nicht, Junge. Ey, hey, hey. Ey. Oh, hier können wir richtig gute Sachen ausrüsten. Das krieg ich noch mehr plus. Biddy, ich hol dich gleich auf. Vertrau mir. Ich hol dich gleich auf. Wenn du wüsstest. Aber, Freunde, erstmal tue ich mal das Ganze hier neu starten. Vielleicht krieg ich ja gleich. Vielleicht krieg ich ja irgendwie gleich. Was ist das denn? Ist das gut? Das ist richtig gut. Let's go. Ich hab jetzt gemacht, Leute. Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab jetzt einen Schein hier hinten. Und der gibt mir richtig viel Stärke. Okay, Alter. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch 15 Sekunden. Und dann kriegen wir das hier vorne. Das ist, glaube ich, richtig OP. Aber davor drehen wir noch hier am Rad. Oh, das bekommen wir. Bitte was Gutes. Oh, Mann. Schade, Marmalade. Aber, Leute, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Was ist das denn? Das ist krass. 84 plus. Das sieht richtig heftig aus. Schaut euch das an. Wie cool das leuchtet. Mega. Mega nice. Und den hier kriegt man in einer Stunde den. Alter, müssen wir eine Stunde warten. Okay, das ist zu viel. Das ist zu viel. Definitiv zu viel. Freunde, was können wir hier nochmal machen? Wiedergeburten. Meine Wiedergeburt. So, zack. Oh, ich hatte 20 Millionen gerade. Alter, wie schnell kriege ich jetzt Plus? Das ist heftig. Ich kriege richtig schnell Plus. Oha. Ich bin so gut geworden, Leute. Guck mal, wie schnell ich hier Plus bekomme. Ich komme mit einer Million mit einem Teil. Wie viel hast du? Äh, 100. 100 Millionen? Ja. Was? Alter, ist das krass. Ey, ich will aber krasser werden, Leute. Ich will hier vorne dieser Strauß werden. Oh ja. Oder das faule Lama. Warum ist das faule Lama so schnell? Was hast du überhaupt Sinn, die Liste? Ein Schwein ist so nicht schneller als ein Fuchs. Ein Schaf auch nicht. Und eine Kuh auch nicht, oder? Doch. Ist das nicht so? Ne, ich glaube nicht, Junge. Ein Schwein ist voll langsam ein faule Lama. Und so ein Strauß ist aber wirklich richtig schnell. Das stimmt. Dafür brauchen wir 13 Milliarden, um den zu erreichen. Okay, das ist nicht so einfach. Was ist hier das Rennen? Rennstrecke. Da vorne. Ey, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendwas hier Rennen starten oder so. Leute, wir machen jetzt noch ein Rennen. Danach starten wir mal kurz neu mal schauen, ob wir wieder ein Zähnepter bekommen, was ich die ganze Zeit haben wollte. Kommt schon, das Schwein überholen wir. Das schafft auch. Ich drücke so schnell, wie ich kann, Leute. Kommt schon. Ich bin full speed. Ich bin full speed. Aber ich bin irgendwie so langsam, Alter. Die Rennstrecke ist echt schnell, Leute. Strauß können wir uns auch einfach jetzt schon kaufen für 200 Robux, Alter. Das ist voll random. Kommt schon. Ich bin full speed, Leute. Ich bin full speed. Aber ich kann die Kuh nicht überholen. Die Kuh ist schneller als ich. Du bist einfach schon die Kuh, oder was? Ey, das heißt, du hast die Kuh schon überholt. Okay, komm schon, Leute. Aber ich bin auf jeden Fall hinter der Kuh ganz knapp. Das ist schon mal gut. Ich habe schon mal zwei Tiere überholt. Und jetzt bekomme ich die Schafe. Das heißt, ich bin noch besser. Und bam. Let's go, Leute. Ich habe das Schaf freigeschaltet. Weil ich bin jetzt voll im Schaf. Das heißt, das Schaf bekomme ich. Und das andere Tier da auch. Sehr gut. So, das rüsten wir aus. Spuren können wir uns jetzt auch krasse kaufen. Oh, Alter. Können wir uns richtig krass kaufen. Das hier kaufen wir uns direkt. Ähm, Tiere. Am besten ausrüsten. So, wir sind jetzt das Schaf, Leute. Sehr gut. Meerkatze. Das ist für die Meerkatze. Und hier, das können wir uns auch kaufen. Also ein Ei, Freunde. Mal schauen, was die da rausbekommen. Bitte was Gutes. Und Brandfisch haben wir bekommen. Sehr gut. Was? Das sind ja richtig gut, die Tiere hier. Alter. Okay, Freunde. Wir lieben mal ganz kurz. Mal schauen, was wir bekommen, wenn wir kurz restarten. Haben wir jetzt das OP-Pad? Das ist die Frage. Tag zwei. Nee. Ich glaube, wir wurden wirklich gescammed. Oder schreibst du mir in die Kommentare, wann wir das bekommen? Weil da stand ja, dass wir eins bekommen. Aber irgendwie haben wir keins bekommen. Ich frage mich ja immer, wie das funktioniert. Aber ich check's nicht. Ich check's ehrlich gesagt nicht. Weil da stand ja im Shop, dass ich hier ein geheimes Pad bekomme. Null. Freunde, falls ihr wisst, wie ich das Ganze hier freischalten kann, dann schreibst du mir in die Kommentare. Weil ich glaube, ich wurde wirklich gescammed. Ich kriege das Pad einfach nicht. Was soll das, Leute? Ich habe... Ach, Mann. Oh, Mann. Okay, egal. Komm, wir machen noch ein Rennen. Und jetzt hole ich die Crew auf. Aber sowas von... Ich bin schon fauler Lama. Du bist schon der Lama, was? No way. Alter, wie krass bist du, Billy? Warum bist du immer vor mir ein... Eigentlich nicht mehr vor dir. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Mein Cheat hat nicht geklappt. Leider. Ich habe ja nicht reingecheatet, so wie du. Also habe ich gewonnen. Ja, Billy. Der Pups hat gewonnen höchstens, Alter. So, zack. Let's go, Alter. Was haben wir denn hier? Also hast du mir gerade den Sieg erklärt. Let's go, Leute. Let's go, Alter. Ich kriege schon ein Million plus hier die ganze Zeit. Ich bin so gut geworden, Billy. Du bist niemals so gut wie ich. Aber nicht so gut wie ich. Ja, ja. Nein, deinem Popo bin ich nicht so gut. Vertraue mir. Ich bin richtig gut, Alter. Ich bin der beste Junge sogar. Freunde, jetzt holen wir uns einfach mal mit den ganzen Cash, die wir bekommen haben. Und mit den ganzen Siegen holen wir uns mal in ein Ei hier vorne. Und kommt schon. Wird was Gutes? Legendär. No way. Der muss ja richtig krass sein. Was? Wie viel gibt der plus? 300. Yo, der ist heftig, Leute. Dann rüsten wir sofort aus. So, ich probiere jetzt auch Eier. Und hier nochmal eins. Bam. Unbewütlich. Und bitte wieder legendär oder sowas. Und episch. Selten. Ich ziehe wieder episch, Alter. Ich bin so krass. Alter, wie viel kriege ich jetzt plus bitte sehr? Wow, ist das heftig. So, Freunde. Mal schauen, wie schnell wir jetzt sind. Ob wir jetzt endlich Billy überholen können. Ob wir jetzt endlich besser sind als er. Ich glaube nicht. Oh, doch. Auf jeden Fall. Oder warum denkst du nicht? Äh, ich bin schon der Strauß. Du bist schon der Strauß. Das ist nicht dein Ernst. Du lügst. Du lügst, Billy. Äh, doch, Uri. Was? Ich werde dich mal alles überholen. Mega easy. Ey, Mann. Du bist so ein Pups, Junge. Aber nur, weil ich die ganze Zeit neu starten musste. Alter, was hast du für krasse Pads, Billy? Ja, krass, ne? Ja, das ist echt krass. Hm. Okay, Freunde. Damit würde ich sagen, ich glaube, wir sind einfach schlechter als Billy. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde jetzt die ganze Zeit trainieren. Und dann gehe ich als erstes in die nächste Welt. Und bis ich schneller als du bin. Dann machen wir ein Rennen zusammen, Billy. Und dann schaue ich, nicht sobald ich schneller als du bin, lief ich einfach. Du wirst niemals schneller als ich sein. Doch, werde ich, Billy. Warum glaubst du nicht an mich? Weil ich krasser bin. So, zack. Vorhin für zwei Millionen kaufe ich dir das ein Ei. Wenn ich das kaufe, dann bin ich eh schneller als du. Und selten. Den hast du nicht. Der ist viel zu krass für dich. Doch, habe ich. Den hast du nicht, den ich hier habe, Alter. Der ist so krass. Drei Mal. Doch, den habe ich. Was? Als ob du den hast? Drei Mal sogar. Junge, Billy, Mann. Warum bist du so krass, Alter? Ja, okay. Du musst halt ein bisschen lernen, doch. Ja, okay. Ich versuche zu lernen, Billy. Komm. Wie kann ich krass... Alter, ich habe, glaube ich, genug gelernt. Weil ich glaube, ich bin jetzt recht krass. Nee, ich denke nicht. Doch, ich bin jetzt auch der Strauß. Ehrlich? So schnell schon? Ja, easy, Junge. Ich bin der Beste. Du bist aber deutlich krass als ich. Doch, bin ich. Bin der Strauß jetzt. Alter, jetzt bin ich auf jeden Fall krasser. Jetzt kann ich hier vorne nochmal ein Ei öffnen. Komm, bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Und... Legendär... Fass. Legendär. Oh. Egal, bringt dir nicht. Natürlich, Alter. Jetzt bin ich krasser als du. Let's go. Let's go, Leute. Legendär bekommen. Ich bin der Beste. Ich bin einfach der Beste, Leute. Ey, das ist krass. Moment, jetzt brauche ich irgendwie noch ein krasseres Haustier. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach, jetzt noch ein krasseres Haustier zu holen. Plus, Mann. Das ist die Frage, Leute. Mal 1000 gibt der hier. Der ist voll teuer, Alter. Wo ist unser OP-Pad, was uns versprochen wurde? Willi, wie viel Stärke hast du? Äh... 17 Billiarden. 17 Billiarden? 18 Billiarden. Wo steht das? Oben bei dir oder das unten bei dir? Unten. Habe ich gleich eingeholt, Alter. Ich sag's dir. Willi, meine Challenge, wer als erstes in die nächste Welt kommt. Okay, und der hat gewonnen, dann automatisch. Ha, ha. Äh, jetzt gerade, wo ich wieder Geburt gemacht habe. Nee, ich bin krasser als du jetzt. Jetzt hast du Angst, ne? Jetzt hast du Angst, Billy Pups. Ey, Junge. Ja, natürlich wirst du jetzt schneller fertig sein. Oder gut. Ich hab sogar mehr Stärke als du jetzt, oder? Zählt zwar nicht, aber egal. Natürlich zählt das. Ey, Leute, ich würd sagen. Wie viele Wiederwohnungen hast du denn, Billy, eigentlich? Äh, 10. Boah, krass, Alter. Das ist nicht schlecht, Alter. Aber weißt du was, wer jetzt als erstes in die nächste Welt geht? Ich natürlich. Ja, viel Spaß. Hätte ich schon 30 Mal gehen können. Ja, in deinen Pups hättest du gehen können. Das redest du niemals. Ich hab gewonnen, Billy. Freunde, damit würd ich sagen. Der Winner ist... Okay. Wuhu. Hey, ich hab ja schon 16 Millionen Siege. Alter, heftig. Warte mal, wir machen mal hier zu Ende im Gelände. Und jetzt gehen wir mal hier Bauernhof. Nee, nicht zurück. Wir wollen die nächste Welt freischalten. Wir gehen jetzt in die nächste Welt als erstes, Leute. Damit würd ich sagen, das wäre eigentlich krass, als Billy, oder nicht? Wir haben ihn aufgeholt. Wir sind einfach die heftigsten, Leute. Eigentlich nicht, aber egal, okay. Doch, natürlich, Alter. Billy, was redest du, Junge? Ich bin der krasseste. Guck mal, hier. Wer da macht mal 10 Wiedergurten? Nee, mach ich nicht, Alter. Du bist Pups, Junge. Ich mach gar nichts. So, ich mach jetzt hier in der Eiswelt. Handa, Nilpferd, Rentier. Und wer war der Erste? Wer ist der Schnellste? Komm schon, ich muss zumindest einen Pinguin überholen. Komm schon, Leute. Freunde, ich bin nicht mal schneller als ein Pinguin, Alter. Das kann ja nicht wahr sein. Der watschelt umherum. Ich bin echt gespannt, wie viele Siege ich gleich bekommen werde. Bin auf jeden Fall jetzt vor dir, Billy. Ja, Pinguin überholt. Hihi, komm schon, komm schon, komm schon. Das ist so knapp, Leute. Das rennt bis zwischen mir und dem Pinguin. Und noch eine Sekunde. Alter, hab ich's knapp geschafft. Das war knapp. Ich hab's fast gar nicht mehr in die Ziellinie geschafft. Habt ihr's gesehen? Okay, wen haben wir hier schnell? Oh, der Eisbär, okay. Der ist echt schnell, Leute. Aber zumindest bin ich jetzt ein Pinguin. Uh, wie cool sieht das aus. Ich bin so süß, Leute. Wir können hier am Glücksrad drehen. Lass uns das auch mal direkt machen. Ähm, Freunde. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt Billy Eil geholt. Äh, Billy, was machst du denn hier? Du hast ein Pinguin nicht. Ich bin weiterholt, du. Haha. Du hast ein Pinguin nicht. Und ich hol mir jetzt die krassesten Eier. Hier, bitte was Ding deres. Und kommt schon. Ungewöhnlich. Nein, nicht ungewöhnlich, Leute. Nochmal, 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 nochmal. Jetzt krieg ich was Gutes. Kommt schon. Und selten Feuerdrache. Nicht schlecht, Alter. Hier sind solche Drachen. Das ist schon richtig krass. 1000 geben die Plus. Ey, die sind ja mal richtig krass. Spuren holen wir uns auch mal jetzt eine bessere. Die für 5 Millionen, die schwarze Spur. Die passt perfekt zum Pinguin. Leute, damit würde ich sagen, bin ich jetzt einfach viel, viel besser als Billy. Billy, du hast keine Schotze gegen mich, Junge. Ich bin viel besser als du jetzt. Ich hab einfach 32 Milliarden. Ich bin sogar schon über den Pinguin, aber okay. Ich hab jetzt einfach schon 35 Milliarden stärker. Also was redest du, Billy? Ja, und bist du schon über den Pinguin, huh? Ja, bin ich. Zeig, zeig, dass du den hartnäckigen Panda hast. Pinguin, Alter, was willst du von mir? Ja, und der ist da drunter, also. Nee, Billy, du, du, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, Leute. Lasst Like, Da und Abo, 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 Abo. Ich hab gewonnen, let's go. Drückt auf die nächste Folge, aber ganz schnell.